Hi Leute, ja ich bin hier heute mal wieder mit dem Jordan, ja und wir haben sowas im Internet gesehen, man schreibt erstmal einen Namen und dann kann man das so, wo ist diese Pistole, ah, mit dieser Klebepistole klebt man das hier so voll und dann macht man so Streichhölzer überall rein, haben wir uns jetzt überhaupt gesehen, ich glaube schon, und Jordan macht so einen Stern, ja, ist noch offen. Und jetzt fange ich mal an. So, ich habe jetzt das V fertig. Ja, ich sehe es immer so. Hä, was warst du? Das war doch ein Kino, Junge. Das war das Problem. Danke, das war der Fall. Das war der Fall! Das war der Fall. Danke, ja das war der Fall. Weil er schon am Verzweifeln überlegt, ob er das Projekt abbrechen soll. Projekt... War auch noch... Schmurensohn. Naja, ist ein bisschen pissig drauf, aber... Es geht schon. Mal sehen, ob er es weiter macht. Du hast doch was Einfaches gemacht, Alter. Das war ja auch meine Entscheidung. Du hast es ja auf dich zukommen lassen. Du dachtest, du wärst so stark. Ich bin jetzt fertig. Ja gut, also ich denke, ihr habt schon einen Ausschnitt gesehen, wie ich gelacht habe drüber. Ich finde, das hier sieht echt geil aus. Warte, ich probiere das mal so wegzumachen. Das sieht echt nice aus, dieser Teil hier. Dieses V. Und dann... Also... Könnt euch das mal, Alter. Da ist dann irgendwas weggekrüppelt. Und dieses O, dieses L... Ja gut. Hier könnte man vielleicht noch was machen. Aber ich hab halt keinen Bock mehr. Das macht keinen Spaß. Ich dachte, ich kann mir das dann irgendwie so da hin... Ich glaube, man sieht doch ganz gut so... Ab hier hat er so keinen Bock mehr gehabt. Ja, also... Ich lass euch mal einen Schein. Schreibt ihr mal in die Kommentare, ob ich es verbrenne soll oder nicht. Und dann mache ich dann noch ein kleines Video, wie ich es dann verbrenne, wenn ihr wollt, dass ich es verbrenne. Ja, und... Ah ja, das von Jordan wollte ich noch zeigen. Da kann er stolz drauf sein. Fick dich. Nein. Gäng ich dir. Ja, und... Das ist das. Das sieht ziemlich geil aus. Finde ich. Ja... Er hat einfach hier so ein Sternmachpappe drunter. Dann das draufgeklebt, die Streichhütze immer angebrannt. Das sieht meiner Meinung nach echt nice aus. Ja, dann... Was ich schon immer mal machen wollte ist... Ciao! Pschschsch!